ja hallo youtube herzlich willkommen zu einem weiteren part von fallout 4 survival modus vorab meine aufnahmen und die gerenderten aufnahmen sind alle sauber das was youtube macht die zermatschen einfach meine aufnahmen erinnert die sogar so wie youtube es vorschreibt was aktivieren ich habe gelesen dank für den link 2015 nimmt sich youtube wohl das recht bei kleinen youtuber die videos nur noch auf 720p und 60 frames zu veröffentlichen auch wenn da steht 1080p und 60 frames ich weiß jetzt nicht es war jetzt ein artikel von 2015 ob das immer noch aktuell ist und ich muss dazu sagen dass wir in einem chinesischen u-boot herumspazieren dass mir das eigentlich vorher noch nie aufgefallen ist so dass es so großartige unterschiede gibt dass es rückelte ok und im letzten part hat es auch zweimal gewickelt und man meint das würde vielleicht wieder an meiner mod reihenfolge hängen dazu muss ich sagen nexus mod manager gibt es ja nicht mal der fort jetzt mod manager der ist ein bisschen kompliziert äh ich bin keine gefahr für dich nur neugierig neugierige katzen verbrennen sich tatzen aber keine angst ich töte dich nicht kein weihai nicht kapitän sao was machst du hier der krieg ist vorbei lange und auf meiner yanze ist kein bau nein schatz nichts zum plündern wie lange hast du gewartet bist du etwa seit 200 jahren hier so lange schon ja sieht so aus vor langer zeit nach großem feuer yangtze lief auf mine auf mein chanting hat es kaum in hafen geschafft statt war schon zerstört nur wenige haben uns bemerkt und noch weniger hat es interessiert zu viel tonko du bist gutes xing yung für mich ich brauche hilfe weißt du yangtze ist nicht äh sehtauglich hilfst du mir bei Reparatur ich vertraust du mir warum solltest du mir trauen jemand fremdem vertrauen ist risiko aber man muss nehmen was man kriegt du bist nicht wie raider raider haben mein chanting geändert meine yangtze du bist friedlich scheiße ich steh dir zu diensten ha ja danke scheiße mein freund aber erstes problem yangtze hat keinen strom aber wenn wir reaktor zum laufen kriegen hätten wir genug da ist ähm Dämpferspule kaputt schwerer schaden ich brauche neue spule ich habe Informationen geheim aus krieg Dämpferspulen gibt's bei Sorgas Ironworks unter Brennstoff das ist mit dem Kernbrennstoff ich habe eine idee aber erst Dämpferspule nicht vorher repariert warum hast du die yangtze nicht selbst repariert lange Zeit war ich hier glücklich aber zuletzt habe ich an mein jahr gedacht mein china außerdem meine yangtze ist nicht sicher raider ich habe gegen sie gekämpft aber ich will sie nicht allein lassen um nötige teile zu besorgen ok ok ich besorg sie für dich ich bin nicht dein Captain nenn mich nur Sao geh los besorg Dämpferspule ich repariere Brückensteuerung viel Gong Suo ok mein lieber Freund ähm war ich vorhin stehen geblieben ja es kann sein dass der Artikel nicht mehr aktuell ist mir ist es eigentlich vorher nie so richtig aufgefallen aber naja ähm das Ruckeln ja es waren zwei drei große Ruckeler kurzzeitig äh im letzten Part ich hoffe dass es weg ist ich habe A Haltier Commonwealth deinstalliert weil es mich dann doch gestört hat mit diesen Bäumen ja und ja das Gesicht ab und zu halt verliert sie ihre Farbe weil I don't know dann ist die Mod manchmal verabschiedet sich wahrscheinlich das heißt du hast was gefunden ok ich komm mit dir ja ich komm hier hier rauf hast du was gefunden dann habe ich oh ein Tresor warum habe ich den nie gesehen also ist das erste Mal dass ich den Tresor sehe oder aber ich bin vergessen ich kann auch sein gut dann sperren wir den mal aber naja aber nicht so nein und äh dazu ich habe so einige Aufnahmegeräte ausprobiert Loilo im Moment nehme ich halt Shadowplayer Fraps habe ich ausprobiert aber es hat alles sozusagen nicht geholfen aber gut da müssen wir halt durch ich wollte eigentlich wieder zu dem Jungen rüber der ist da ne dann können wir bei ihm nämlich nochmal schnell schlafen und vielleicht verhindert sich dann wieder das Gesicht und dann müssen wir etwas einlegen dass wir so hoch springen können das ist auch so wie ein Buggy oder ok legen wir uns mal hin zwei Stündchen zwei Stündchen ich sehe immer noch so aus noch mal zwei Stündchen fangen wir uns Parasiten halt ein ne das ändert sich im Moment nicht unser Spiel wahrscheinlich neu laden ja ich spreche erstmal mit dem Jungen hast du gegen das Monster gekämpft? ich habe gar nichts gehört äh es hat mich verschluckt nein ist ein Boot geht dich nichts ein wo wohnst du? wo wohnst du? gleich hier in den Docks in dem Zimmer mein Vater ist schon lange tot jetzt fische ich und halte mich so gut es geht von dem Meierlox fern äh has es hat mich verschluckt es hat mich verschluckt dann habe ich sein Herz rausgeschnitten wow wie cool ist das denn? der hätte ich gern zugeschaut von hier aus kann man kaum was sehen also dann danke fürs Erlegen fürs Erlegen ich will nochmal versuchen nein das Gesicht hat sich nicht geändert äh dann macht man einfach mal das ist die Frage oder? ja und jetzt? ne ich muss das Spiel wahrscheinlich neu steigen egal ähm wir sollen zum besorgt die Dämpfersprünge auf Kartans ich weiß wo das ist wen schwarmt da oder der Schluck wo sind wir? was haben wir denn noch für Sachen? ich finde die Braumaschine alle an Bord nein wo sind wir? wo sind wir? was ist der Caput? Swans Teich. Ja. Kommen wir zu. So, ich hab mal einen Cut gemacht. Jetzt sehen wir wieder aus, wie wir aussehen sollen. Ich hab mal das Spiel neu gestartet, kurz. Ähm, ja. Da gibt es Monster. Das, wir wissen ja, äh, ne. Da müssen wir dann halt mal hin. Raider Probleme. Nein, das ist falsch. Die Karte sind hier, wir sind hier unten. Da. Wir haben den Teich noch nicht. Wir hatten den schon mal. Das ist auch gut, lieber. Das haben wir auch noch nicht. Mh, ja. Wie schaut's aus? Mh, waffentechnisch bei uns. Das Ding hab ich gut. Da hab ich 200 Meilen. Da hab ich genug. Da hab ich ein paar. Und da hab ich ein paar. Ja, dann würde ich sagen, machen wir das doch. Raider Probleme bei Counter Crossing laufen in die Richtung. und dann gehen wir kurz beim Slock vorbei und vom Slock aus nach Sanctuary. Also es ist für die nächste Zeit unser Plan geschaffen. Okay. Ich glaub, ich könnte mich aber schon mal ein bisschen näher machen. Sanctuary damit. Das auch. Und trage ich das eigentlich mit mir rum? Sturmgewehr behalten wir. 66, 239, 85. Hab ich das Presten letztes Mal nicht gegeben? Ich glaub, man hat ein Business gehabt. Okay, Kleidung. Das ist gut. Alles in Sanctuary. Shunker. Okay, ähm. Dann Schrott. Das können auch alle weg. Die können weg. Die können weg. Das kann weg. Gut. Presten. Was hast du, was du nicht brauchst? Die hab ich gar nicht gegeben. Okay, dann. Hab ich wieder Schrott genommen? Nein. Die Versus. War noch, glaub ich, hier, oder? So, jetzt weg. Nach Sanctuary. No, was ist von? Gut. Waffe ist geladen. Die andere hab ich noch nicht geliebt, häzelt. Sturmgewehr. Fafrit. Nein. Okay. Auf. Nach. Nicht um kommt. Cross. Oh, der hat ja mal ein Flipper getötet. Aber ich glaub, hier war er schon drüber. Wo hab ich den da nicht mitgenommen? Okay. Weiter geht's. Okay. Wenn hier alles wegkommt, ist es wieder nacht. Bierflasche. Aschenbecher, Zigaretten. Ich wusste es. Oh. Das war natürlich nicht. Sinn und Zweck der Sache. Haben die nicht auch einen Hut leider? Ist er mir! Ach, ich spring schon wieder ins Wasser anstatt hoch. Da ist noch einer drinnen. Okay. Wenn du das sagst. Jetzt guck, was der hat. Ich pack mal alles ein. Komm, wir alles wegschmeißen. Ähm. Ich wollte hier drauf. So. Immer falscher Knopf. Ob es hier was gibt. Nee. Eigentlich schade, dass da nicht mal eine Matratze oder so liegt. gut. Sag doch dir am Hut an und. Gut. Der haut ab. Auf Ort. Ich könnte hier was kochen. Warum nicht? Okay. Kommt der Tantenhund wieder oder? Ich denke ja. Der macht irgendwie eine Runde her. Kommt der Tantenhund wieder oder? Was ist das so? Ich möchte hier ein Hund sagen. Das ist eine Runde. Ich bin ja schwit. Wie also ein Wind ist. Da bin ich ein Hund. Wo bin sie denn? Ich bin ja auch an die Runde. Ja, ja, wo bin ich denn da? Ja, wo bin ich denn da? Gekresse, oder? Ich bin ja. Ich habe den Oberschenkel jetzt mitgenommen. Ach, der hangt hier fest. So, kommt der Hund oder? Ich brauche eine Ex-Reinladung. Ach, versteckt. Nein, er kommt nicht mehr. Doch. Preston hat erledigt. Oder? Ist abgehauen. Guter Preston. Stolz auf dich. Ja, aber schau dir, hier gibt es keine Schlafmöglichkeit, denn ich würde mal sagen, ich beende den Part hier, so wie er weit gekommen ist. Oder ist da was drin? Ist nichts. Gut, also wie gesagt, vielen Dank fürs Zusehen. Daumen hoch, Kommentare zum Tricks immer. Ich würde mich sehr darüber freuen. Und dann brauchen wir nicht. Wir sehen uns im nächsten Part wieder. Bis dahin. Adios. Adios. Adios.